Hallo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer Runde des Stanley Parables. Nachdem wir beim letzten Mal entkommen waren und die Runde davor sozusagen komplett negiert haben in unserer Entscheidung, versuchen wir heute mal etwas anderes. Employee No. 427. Employee No. 427's job was simple. He sat at his desk in Room 427, and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what Employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-wrenching, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour, when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say, hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Gut, also, dieses Intro kennen wir ja schon. Aber ich habe schon einen Plan. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Und da genau werden wir jetzt nicht hingehen. Denn ich habe... Ich möchte etwas überprüfen. Was wir beim ersten Mal schon gesehen haben. Aber was ich nicht wagen, also was ich nicht genutzt habe. Ja, genau. Ja, genau. Ja, wirklich ein Raum wertvollziehen. Es hat wirklich wertvoll, den Detour, nach allem. Nur um ein paar Minuten hier in diesem immakulat, schön gestrittenen Raum zu spenden. Stanley stand hier einfach hier, trinkt es alles in. Okay, der Kohleautomat funktioniert auch nicht mehr. Das ist enttäuschend. Egal. Ähm, ja. Wir gehen noch mal ganz kurz. Nö. Einfach nö. Seht ihr da drüben die Tür? Da möchte ich rein. Ich bin auf dem falschen Fuß hier. Ich bin nicht deinem Mann, wirklich. Ich bin nicht. Ich weiß, dass investieren in deinem Vertrauen in jemanden kann sein, aber das ist, dass die Geschichte nicht nur dich ist, aber das ist, dass die Geschichte nicht nur dich ist, aber das ganze Zeit ist. Das ist jemanden, den du dich negativst, Stanley. Das ist jemanden, du dich... Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Du hast nichts für die anderen? Du bist so überzeugt, dass ich etwas Schlimmes zu passieren? Ich bin nicht so überzeugt, dass ich dich nicht überzeugt habe, aber ich möchte dir wirklich helfen, um dir etwas schönes zeigen zu zeigen. Schau, lass mich es tun. Lass mich tun, dass ich auf deinem Seite bin. Gib mir eine Chance. Danger Everywhere. Genau, ich wollte in diesen Raum. Da musste ich da tatsächlich runterspringen von dem Ding. Ähm. Und gucken, wo dieser Weg hinführt. Aber... Oh, hier geht's auch nur wieder. Oh. Oh. Jetzt habe ich wieder zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Schade. Das wäre zu cool gewesen, einfach die rote Tür zu nehmen. Äh, die rote, die weiße Tür. Ich weiß nicht, ob ich ihm folgen sollte. Nein, tue ich nicht. Aha. Vielleicht hast du dich nicht verstanden. Stanley warst durch die rote Tür. Okay, interessant. Ich werde einfach zurückgesetzt. Ich probiere es nochmal. Ich glaube, ich glaube, wir kommunikieren nicht. Ich habe einfach gerade ein Megagrinsen auf dem Gesicht. Ich finde das mega witzig. Sie sehen, es gibt nichts hier. Ich habe noch nicht gewonnen. Ich habe noch nicht zu bauen, diese Seite von der Welt. Denn du warst niemals hier in der ersten Zeit. Beste rooms, exposed developer Textures. Ist das was du, was du willst? Was es wert, was ich verletzt, die ganze Geschichte, die ich ausgesprochen habe, speziell für dich? Ich glaube nicht, ich habe viel Zeit in das. Weil ich habe. Und in der Ende, es war alles für nichts. Denn das ist was du, was du willst. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skilled trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. That's cool. Now we're at the beginning. If I have a new overlay, we're actually at the beginning. We have actually a third option. And we'll try this again. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. I'm looking for some real cool videos on the left. Yeah, that's very cool. This is a real cool option. Who will be with this new option. That's the end of this video. Oh, I'm looking for a quick look. weil ich sehen will, wie er sauer wird, der Erzähler. Deswegen? Triggert! Der Stand Reparable Worldwide Leaderboard. Good old Neil. Skit is offline. Did you know, 20 variables skipped the intro sequence, only the worst. Let's choose the blue door, let's... Okay. How long does it take you to get to the correct door? Compete against Ava to improve your Stanley Parable career. Okay, okay, okay. Was passiert, wenn ich hier jetzt einfach nochmal reingehe? Now, would you say, that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Hey, I nearly forgot, I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. Okay, ladle Bildschirm. What? The baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about four hours. So why don't you give it four hours of play, to make sure it's effective. Be sure to keep notes on your experience. Yeah, you heartless bastard. Can you do it because you hate babies or purely despite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out, I'm out, I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. That was mega creepy. What? Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired was the game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Would it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Hmm, 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 hmm. This will go here. No. Here. And then... Let's see, what does it need? Dieses Spiel. Oh mein Gott, jetzt bin ich einfach innerhalb von Minecraft, tatsächlich. Krass. Vielleicht möchte ich aber auch wieder in das Haus. Okay, es geht nicht. Gut, springen können wir ja nicht. Das heißt, wir können auch nicht über diese Levelbegrenzung hier tatsächlich los. Fuck. Kann ich irgendwas abbauen? Nein. Nein, ich hab keine Taschnoppe. Wir spielen jetzt einfach tatsächlich Minecraft. What the hell? Oh, Pilze. Kann ich die nicht mitnehmen. Oh, nein, 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 nein. Das ist viel mehr offen-endend, als ich in der Meinung hatte. Ich schaue etwas mehr langer und lineerer. Etwas, das macht, dass du dich wirklich irreleventig fühlst. Das wird nicht alles tun. Eine aus fünf. Oh, schon wieder ein neues Spiel. Okay, das erste Spiel war Creepy. Das zweite Spiel war Minecraft, was ich super finde persönlich. Ich frage mich, was er jetzt für uns hat. Ja, ich weiß nicht, was dieses Spiel ist, aber ich liebe es. Du, in einer Schraubung mit einem Schraubung, mit einem Schraubung, hörst du mich zu sprechen. Oh, es ist inspiriert. Ich hätte es nicht mehr gemacht, selbst. Was ist dieses Spiel sogar sogar? Ich kann es nicht herausfinden. Okay, jetzt bin ich überrascht. Soll das hier eine Art Portal-Einspielung sein? Das ist eine Art Portal-Einspielung, ne? What the fuck? Ich finde einfach dieses Spiel... Dieses Spiel... Es macht mich fertig. Oh, die Tasse ist jetzt echt kaputt gegangen. Oh mein Gott. Oh, ho, ho, ho. Ich glaube, ich kann das. Ja. Ich bin richtig gut. Deswegen habe ich Portal auch nie durchgespielt. Und ich glaube, du bist mehr wunderschön, wenn du dich über diese Spiele wunderschönst. Und ich wünsche dir, du bist mehr wunderschön für die Spiele wunderschönst. Wo bin ich hier gelandet? LoL! Ich falle. Ich falle, aber wohin falle ich? Ich will ja nichts sagen, aber jetzt, wo er nicht mehr mit mir labert, wird das hier alles grad mega creepy. Was ist das für ein Spiel? Kennt das irgendjemand? Sieht aus wie Half-Life. Ist das Half-Life? Das sind Türen. Das sind so viele Türen. Da hinten ist Licht. Okay. Und hier ist ein Computer. Okay, Computer. Machen wir schon mal ein besseres Gefühl. 427. Das ist mein Büro. Hallo? Okay. Geht hier aber offensichtlich nicht weiter. Okay, nochmal zurück. Vielleicht gibt's was, was ich gesehen hab. Ich wundere was, was er der Leading Man in seine eigene Geschichte ist. Ich wundere was, was er der Leading Man in seine eigene Geschichte ist. Vielleicht hat er es, wo er jetzt ist. Ich wundere was, wenn er das Leading Man in seine Geschichte ist. Das ist, was ich bin. Das ist, was ich mit diesem Weltall bedeutet. Oh, ja. Ja, ich werde zurück. Es gibt keine andere Weise. Als das Ende endet, nachdem es alles zu Ende kommt, dann werde ich zurück. Das Ende wird bald hier. Sehr bald. Ich kann warten. Es lädt. Okay, aber ich finde es schon... Okay, gut. Das heißt, wir sind jetzt doch wieder am Anfang von The Stand-up Parable. Das war ein grandioser Weg, meiner Meinung nach. Über ein Spiel mit einem brennenden Baby hin zu Minecraft und Portal. Das war auf jeden Fall mega witzig. Gut, ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal bei The Stand-up Parable. Und dieses Spiel ist einfach nur ein absoluter Mindfuck. Aber mega witzig. Also, dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Den Upload-Plan findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und falls euch das noch nicht reicht, folgt mir auf Facebook oder Twitter unter at rbrichierb. Und dann geht's euch das Video.